Er sieht tiefer in die C-Line als bei den meisten. Er trägt sicherlich bestimmte dunkle Bereichen. Er fühlt sich im unheimlichen Zuhause. Das, was wir alle fliehen, ist sein Zuhause. Das, was wir alle fliehen, ist sein Zuhause. Es ist alles anders, als in Holland. Das ist das, was wir an Hans-Röhrling, der Visionärer. Um den Traum zurückzukehren, aber es ist selten möglich, die wenigsten Menschen getrauen sich, ihre Träume zu erzählen oder darzustellen. Ich denke immer wieder, wenn ich das Bild dem Vater oder der Mutter zeige, die verschrecken ja zu Tod. Fisch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020